Dieser Mercedes-Benz CLA 180 ist hier zum Verkauf angeboten. Vier Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Musik 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 Musik